Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen und heute geht es um das Thema ein glückliches Leben führen und ich werde dir sechs Wege zeigen, wie du es schaffst, definitiv unglücklich zu werden und 17 Tipps mit auf den Weg geben, wie du es schaffen kannst, ein glückliches Leben zu führen. Das ist nicht alles theoretisch, sondern das sind Dinge, die ich einfach in meinem Leben erfahren habe und die werde ich gerne mit dir teilen. Was ist ein glückliches Leben? Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, es gibt bestimmt viele Menschen, die sich so wie ich darüber nachgedacht haben, wie kann man eigentlich ein glückliches Leben führen, was macht ein glückliches Leben aus und ich denke, es wäre fatal, wenn wir da einfach so eine pauschale Antwort drauf geben, weil Glück und Erfolg, das sind alles so Wörter, die kann man eigentlich nicht so in ein, zwei Sätze pressen, sondern das ist etwas, was jeder für sich selbst definieren muss und so ist es eben mit Glück auch. Du musst für dich ganz einfach definieren, was für dich ein glückliches Leben ausmacht, was ein glückliches Leben für dich ist und dementsprechend dann danach schauen, ob du dein Leben so ausrichten kannst, dass es ja mit deinen Idealvorstellungen übereinstimmt. Und ja, jetzt kannst du natürlich hergehen und kannst einfach das Ganze aufschreiben, was ist für mich ein glückliches Leben, wenn du ja so bist wie ich, dann wird dir das vielleicht ein bisschen schwieriger fallen und deswegen kann man auch hier einfach mal das Pferd von hinten aufzäumen, wir können uns einfach mal anschauen, okay, was sind eigentlich Dinge, die unglücklich machen und vielleicht macht es sogar schon Sinn, wenn wir einfach diese Dinge ja vermeiden und dann, wie gesagt, bekommst du aber auch noch 17 Tipps, die du ja in deinen Alltag, in dein Leben mit einbauen kannst. Okay, lass uns starten. Wenn du auf jeden Fall unglücklich werden willst, dann solltest du dich mit anderen vergleichen. Wenn du dich mit anderen vergleichst, dann passiert einfach folgendes, du hebst die Person, mit der du dich vergleichst, auf den Protest und machst dich selber klein. Ich mache ein Beispiel, es wird egal, was du hast, wer du bist, wie erfolgreich du bist, es wird immer Menschen geben, die mehr von dem haben, was du hast, ja, oder die mehr von dem haben, was du willst. Die werden größere Häuser haben, die werden vielleicht, ja, mehr Geld auf dem Bankkonto haben, es spielt gar keine Rolle. Wenn du dich mit diesen Personen dann vergleichst, dann führt es dazu, dass du dich, dass du dich auf den Mangel konzentrierst, weil du das noch nicht hast, ja, egal, wie gut es dir vielleicht schon geht. Und dann hast du natürlich ein schlechtes Gefühl und schlechte Gefühle sind halt eben auch der Auslöser dafür, dass wir uns eben, ja, nicht glücklich fühlen, sondern unglücklich. Karl Böhm war es, da bin ich auf ein cooles Zitat von ihm gestoßen, der hat gesagt, ja, so sinngemäß, Glück ist wie ein Maßanzug und unglückliche Menschen sind diejenigen, die versuchen, den Maßanzug eines anderen zu tragen. Und ich denke, besser kann man es eigentlich einfach nicht auf den Punkt bringen. Zweiter Schritt, den du tun kannst, um, ja, um unglücklich zu sein, ist, dass du ständig glücklich sein willst, ja. In dem Moment, wo du ständig danach strebst, glücklich zu sein, ja, ist eigentlich das Unglück schon vorprogrammiert. Im Leben gibt es nicht immer nur eine Seite, sondern eine Medaille hat immer zwei Seiten. Es gibt den Winter, es gibt den Sommer, es gibt Hell, es gibt Dunkel, es gibt, ja, Tag, Nacht, es gibt Glück, Unglück. Und deswegen wäre mein Vorschlag einfach hier, einfach, ja, die Dinge mal zu akzeptieren, die man nicht ändern kann, ja. Einfach mal zu sagen, okay, wenn die Phase, die du jetzt vielleicht im Leben hast, nicht so dolle ist, das einfach zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht eine nicht so schöne Seite der Medaille, aber es gibt auch noch die schönere. Und sich dann eben dementsprechend auf das zu konzentrieren, was vielleicht schon ganz gut läuft. Da sind wir auch schon beim dritten Punkt. Fokus auf Mangel, ja. Das ist quasi die Autobahn, um zum Unglücklichsein. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du konzentrierst dich eben auf das, was du hast und wo du dankbar dafür bist, oder du konzentrierst dich auf die Dinge in deinem Leben, die nicht so rund laufen oder wo du dementsprechend Defizite hast. Der Unterschied ganz einfach, wenn du dich auf das konzentrierst, was du hast und dankbar dafür bist, ja, dann hast du da gute Gefühle, ja, und dementsprechend kannst du ja auch glücklicher durchs Leben gehen. Wenn du dich ständig auf das Negative konzentrierst, wenn du dich ständig darauf konzentrierst, was du hast und da haben viele auch schon eine Gewohnheit, die sehen nämlich nur noch das, was sie nicht haben, ja, dann ist das quasi die Autobahn zum Unglücklichsein. Du läufst den ganzen Tag noch rum und siehst Leute, die Dinge haben, die du nicht hast, ja, ohne dass du hinter die Kulissen schauen kannst. Vielleicht sind die mit dem, was sie haben, ja auch gar nicht glücklich, ja. Also Glück ist nicht, was du hast oder was du bist, sondern es ist, was du denkst, hat, glaube ich, mal Dale Carnegie gesagt. Punkt Nummer 4, auf dem Weg zum Unglücklichsein ist Kontrolle. Ja, kennst du bestimmt auch, es gibt Menschen, die wollen ständig alles und jeden kontrollieren. Ja, da gibt es Chefs, die wollen eigentlich eine Aufgabe abgeben, aber der Mitarbeiter muss die Aufgabe auf jeden Fall so machen, ja, wie der Chef das eigentlich will, obwohl er vielleicht ja anders rangehen würde und vielleicht sogar schneller, ja, das Ganze erledigen könnte mit mehr Spaß und mehr Freude. Ja, da ist der eifersüchtige Partner, ja, der, ähm, der ständig versucht, ähm, ja, den, ähm, den, ähm, den Ehepartner quasi irgendwo in seiner Freiheit einzugrenzen, ja, nur damit er nicht das Gefühl hat, es könnte irgendwas passieren, denn der Partner könnte ihm davonlaufen oder jemand anderen kennenlernen. Und wenn du dir die Menschen mal anschaust, ja, dann sind es keine glücklichen Menschen. Fünftens, ähm, sorgenvoll in die Zukunft blicken. Ähm, auch das ist so ein Punkt, ja, es gibt Menschen, die, ähm, stehen morgens auf und überlegen sich schon, was heute alles Negatives passieren könnte oder was vielleicht in fünf Jahren negativ passieren könnte, was in zehn Jahren passieren könnte. Und das Schlimme ist dabei, dass die meisten Probleme, die wir uns so, ähm, ausmalen, ja, die treten, die treten ja meistens gar nicht ein. Kannst du vielleicht für dich einfach auch mal machen, einfach mal überlegen, okay, vor was hattest du in deinem Leben, ja, Angst, äh, welche Probleme hast du gefürchtet und sind dann diese tatsächlich eingetroffen? Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass, ähm, dass viele der Dinge, die ich befürchte, ja, äh, gar nicht eintreten, ja, und wenn sie eintreten, dann kannst du auch dir dann noch Gedanken machen, wenn es passiert. Das heißt, ne, dass man jetzt mit Scheuklappen durch die Gegend laufen soll, ähm, nicht links, nicht rechts gucken, ähm, aber ich meine damit einfach, dass du Probleme dann lösen solltest, wenn sie entstehen, ja, und, ähm, nicht schon im Vorab, äh, Probleme kreieren, die vielleicht noch gar nicht da sind. Der sechste Punkt ist Sucht nach Anerkennung. Auch hier kenne ich viele Menschen, die richten ihr ganzes Tun, ja, sei es bewusst oder unbewusst danach aus, ja, was andere für richtig halten, ja, die, 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 die machen Tätigkeiten, weil sie dort Anerkennung bekommen, ja, weil sie dort Lob bekommen, aber auch nur, wenn sie ein gewisses Ergebnis oder wenn sie, ja, eine gewisse Tätigkeit dementsprechend so ausüben wie, wie die andere Person. Das wünscht. Die laufen völlig fremdgesteuert durchs Leben und merken es dann einem einfach noch nicht mal. Und, ähm, wenn du, wenn du in dieser Situation bist, dann hat es ein, dann birgt es eine ganz, ganz große Gefahr, weil was passiert, wenn die Anerkennung ausbleibt, ja, was passiert, wenn Lob ausbleibt, ja, dann fallen diese Menschen meistens in, in ein ganz, ganz tiefes Loch. Okay, jetzt haben wir aber genug darüber geredet, ja, welche Dinge unglücklich machen. Ähm, natürlich kann man da noch tiefer ins Detail gehen, ist aber gar nicht Sinn und Zweck, sondern ich will einfach, dass du dir dieser, ähm, sechs Dinge bewusst bist. Schauen wir uns die 17 Tipps an für ein glückliches Leben. Zum Anfang einfach an, das Leben als Prozess zu sehen und fang an, ja, dieses oder diesen Prozess, ja, einfach zu lieben. Mit all seinen Höhen, mit all seinen Tiefen, ähm, einfach dementsprechend, ja, zu schauen, okay, was ist jetzt gerade gut, ja, was möchte ich auf meinem Weg zum, ich sag mal, zum idealen, ähm, Ziel, ähm, noch alles erleben. Und wenn man so ein bisschen als Spiel sieht, dann, ähm, kommt man da eigentlich auch ganz, ganz, ganz gut klar mit. Ähm, zweiter Punkt, vermeide Alkohol. Auch hier will ich nur ganz kurz drauf eingehen. Heißt nicht, dass du abstinent werden sollst oder so, ähm, aber schau dir einfach mal Alkoholiker an. Ich hoffe, ich trete jetzt hier niemandem auf die Füße. Schau dir einfach mal Alkoholiker an. Wirken diese Menschen glücklich auf dich? Wohl eher nicht. Und wenn du der gleichen Ansicht bist wie ich, dann kannst du dich einfach mal fragen, warum das so ist, ja. Ähm, mehr möchte ich zu dem Thema eigentlich auch gar nicht sagen. Ähm, wie gesagt, übertriebener Alkoholkonsum, ja, ist nicht, was glücklich macht. Auch wenn es vielleicht in dem Moment berauschend wirkt. Dann mehr Bewegung. Wenn wir uns bewegen, ja, dann werden bei uns im Körper, ähm, Stoffe ausgeschüttet, Serotonin, die ganzen Geschichten, ja, die einfach dafür sorgen, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns, dass wir uns super fühlen, ja, und, ähm, davon können wir eigentlich gar nicht genug haben. Und nebenbei, ja, macht's auch noch einen schlanken Körper und man sieht besser aus. Ähm, viertens, gute Beziehungen. Gute Beziehungen, ganz, ganz wichtig. Soziale Kontakte mit Menschen, die, ja, ähnliche Ziele verfolgen, wie du, die ähnliche Interessen haben. Das führt dazu, dass man, ja, sich austauschen kann. Ähm, ähm, man versteht sich, ja, man hat, man kann auch mal mit, mit Menschen oder mit guten Freunden, ja, über Probleme reden, die, die, die einen so bedrücken, ja, alles das führt dazu, dass wir uns dann auch einfach besser fühlen, weil wir wissen, es sind Menschen da, ja, die, auf die wir uns, ähm, ja, verlassen können, ja, Familie, Freunde. Also, gute Beziehungen ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ähm, für ein glückliches Leben, ja. Ja, dann Tipp Nummer 5, sei flexibel. Ich habe es eben hier schon angesprochen, auf dieser Seite, ähm, das Leben läuft nicht immer, ja, bergauf, sondern ist wie so ein Fluss, ja, ähm, können Probleme auftreten, können Schwierigkeiten auftreten und erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Unternehmer, ja, die haben immer eins gelernt, ja, die sind, die können flexibel auf Veränderungen des Marktes reagieren. Und was im Business gilt, gilt im Leben genauso. Menschen kommen und gehen, ja, Situationen ändern sich, nichts bleibt, wie es ist, ja, und wer es schafft, mit diesen Veränderungen gut umzugehen, ja, der hat auch gute Chancen, glücklich durchs Leben zu gehen. Punkt Nummer 6, gute Ehepartnerschaft. Auch hier, ja, kann man verknüpfen mit guten Beziehungen, ähm, Geborgenheit, ja, zu wissen, man muss nicht alleine durchs Leben gehen, sondern man hat jemanden an der Seite, ja, den man liebt oder von dem man geliebt wird. Ist ein tolles, tolles Gefühl und führt dazu, dass man sich glücklich fühlt. Verantwortung übernehmen. Auch das, ähm, vielleicht kennst du die Menschen, die, bei denen ist immer jeder schuld, nur sich selbst nicht, ja, da haben andere schlechte Einstellungen, ähm, ja, dabei ist man eigentlich vielleicht derjenige selbst, der eine schlechte Einstellung hat, ja, ähm, in dem Moment, wo du für dich entscheidest, ähm, ich bin der Verursacher, ja, ich bin der Auslöser dieses Problems, ja, ähm, ich bin der Einzige, der die Verantwortung dafür übernehmen kann. Dann fängst du an, nicht mehr über das Problem nachzudenken, sondern du fängst drüber an, nachzudenken, wie kannst du das Problem lösen, weil wenn du die einzigste Person bist, die das Problem erschaffen hat, dann bist du die einzigste Person, die das Problem in dem Fall auch lösen kann. Und dann denkst du an das, ja, du hast dann quasi eine Maschinerie im Gang gesetzt, die du, ähm, ja, die dich in Lösungen denken lässt. Beruf, den du liebst, ja, die meiste Zeit verbringen wir, ja, oder viel Zeit unseres Lebens verbringen wir, ja, in unserem Beruf, in unserer Arbeit. Und da wäre es doch einfach geil, ja, wenn du nur noch das tun müsstest, was du eh schon gern machst, ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man mit seinem Beruf, dass man mit allem, was man so gern hat, ja, jetzt beruflich durchstarten muss. Aber vielleicht gibt es etwas, ja, was ziemlich gut an, an, an dein Ideal rankommt, wo du sagst, ja, das könnte mir Spaß und Freude bereiten. Dann wäre es doch schön, wenn du morgens aufstehst und gern zur Arbeit gehst und nicht darauf wartest, dass, ähm, oder montags zur Arbeit gehst und wartest, dass schnellstmöglich Freitag wird. Dankbarkeit, ein ganz, ganz, ähm, entscheidender Faktor für ein glückliches Leben, ja. Wenn du, ähm, dankbar durch die Gegend läufst, ja, wenn du dir überlegst für die Dinge oder, oder Fokus auf die Dinge richtest, die du schon in deinem Leben hast, wofür du dankbar bist. Und glaub mir, es gibt diese Dinge, die, für die du dankbar sein kannst. Ob das deine, deine Frau ist, ob das dein, ja, dein Auto, wenn du jetzt, ähm, ja, viel Wert auf Autos legst, ob es, ja, dein, dein, dein Haus ist, deine Wohnung oder, oder was auch immer es ist, es findet deine Familie, deine Freunde. Es gibt viele Dinge, für die man dankbar sein kann. Und auch hier einen ganz, ganz tollen Tipp kommt nachher auch noch, aber ich nehme ihn vorweg. Ähm, hier kannst du auch ein Journal führen, ja. Ich habe zum Beispiel angefangen, ja, mir so jede Stunde, ja, so ein bis fünf Minuten Zeit zu nehmen und einfach mal aufzuschreiben, okay, für was konnte ich jetzt die letzte Stunde dankbar sein, ja. Das können banale Dinge sein. Ein Anruf von einem, von einem lieben Menschen oder irgendeine E-Mail, wo ein Kunde mir geschrieben hat, dass er, ja, dass er, dass er durch meine Hilfe weitergekommen ist oder was auch immer, ja. Das einfach notieren, ja, und das zur Gewohnheit machen. Stell dir mal vor, du würdest jede Stunde kurz notieren, ja, für was du die letzte Stunde dankbar sein kannst. Da kommt einiges zusammen. Und wenn du dann noch dich fragst, okay, worauf freue ich mich denn die nächste Stunde, dann, dann konditionierst du dich darauf, ja, voller Dankbarkeit eben einfach durchs Leben zu gehen. Und eine Minute oder, oder eins bis fünf Minuten kann man immer, ja, irgendwie in seinen Alltag integrieren. Zehntens, akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Und da gibt es einen schönen Spruch von, äh, Franz Assisi hat den mal gesagt, Herr, gib mir die Kraft, ähm, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und Herr, gib mir die Kraft, das eine vom anderen zu unterscheiden, ja. Also übertragen, also so im übertragenen Sinn, so ging der Satz. Und ich denke, ja, mehr kann man dazu einfach nicht sagen, weil wenn man dieses Motto für sich in sein Leben integriert, ja, dann ist, dann wird das Leben, ja, eigentlich relativ easy. Muss aber dazugestehen, manchmal fällt mir das auch ziemlich schwer, ja. Tipp Nummer elf, liebe dich so, wie du bist. Ich war mal vor, vor einiger Zeit auf einem Seminar und der, der Referent dort, ja, der hat dann, ähm, gesagt, er geht jeden, er stellt sich jeden Morgen vor den Spiegel, ja, und sagt zu sich so in den Spiegel hinein, für heute bin ich so okay, wie ich bin, ja. Ja, und das fand ich einen schönen Weg, ja, um zum einen sein Selbstvertrauen zu stärken, ja, was wir hier auch in Punkt zwölf, ähm, haben, ähm, und einfach, ja, sich so anzunehmen, wie man ist, ja, und dementsprechend, ähm, ist das ein ganz, ganz heißer Tipp, wenn du durch ein, wenn du ein glückliches Leben eben führen willst, ja. Ähm, ähm, dann eben schon kurz angesprochen, stärke dein Selbstvertrauen. Tipp Nummer zwölf, ähm, ein glückliches Leben, ja, mache ich jetzt einfach mal die These, hat man dann, ja, wenn man sein Leben nach seinen Vorstellungen leben kann. Und wenn du dein Leben nach deinen Vorstellungen leben willst, dann wird es immer wieder Menschen geben oder Situationen geben, wo, wo andere meinen, dass deine Vorstellung vom Leben vielleicht nicht die richtige ist, sei das im Berufsleben, sei es im Privatleben, wie auch immer. Und dann braucht man eben ein starkes Selbstbewusstsein zu sagen, nee, für mich ist das so okay, ja, ähm, ich mache es trotzdem, ja, Tipp Nummer 13, finde eine Aufgabe, das muss jetzt nicht mal unbedingt beruflich sein, sondern such dir einfach Aufgaben, die dich, die dich fordern, wo du, wo du Interesse dran hast, wo du Spaß dabei empfindest, etwas, was du gern tust, ja. Bei mir ist es zum Beispiel auch unter anderem, ja, das Fußballspielen, ich spiele einfach super gern Fußball und merke einfach immer, wenn ich Fußball spiele, ja, ähm, dann, 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 dann fühle ich mich glücklich, fühle ich mich gut, natürlich, ich fühle mich auch in meinem Beruf und so weiter gut, ich habe viele Dinge, wo ich mich gut fühle, ja, ähm, aber was ich damit sagen will, es muss nicht immer das Berufliche sein, es kann auch sein, dass du, ja, vielleicht gerne einen Briefmarken sammelst und das dich wirklich mit Freude erfüllt, ja, und was du gar nicht jetzt, ich sag mal, als, als Beruf ausüben möchtest, ja, also such dir Aufgaben, die du für dich spannend findest. Tipp Nummer 14, sammle schöne Momente, das ist auch immer so ein Anger, ja, wenn es dann mal schlecht geht, wenn du zum Beispiel dann einfach mal so die Bilder vom letzten Urlaub hervorkramst, ja, und nochmal so in Erinnerung, ja, in diesen Moment hineingehst und dir die Bilder anschaust und probiere das einfach mal aus, wenn es dir, wenn es dir nicht so toll geht, einfach mal Bilder, ja, das kann auch ein schönes Video sein oder was auch immer, einfach schöne Momente, die du erlebt hast, ja, einfach mal anzuschauen und dann wirst du merken, wie mit jedem Foto, ja, ja, sich das Gefühl einfach verbessert. Tipp Nummer 15, führe ein Journal, Tagebuch, das habe ich eben schon angesprochen, ja, es gibt aus meiner Sicht nichts Besseres, wie über sich selber klar zu werden, über seine Stärken, über seine Schwächen, ja, wenn man einfach jeden Tag sich ein paar Minuten Zeit nimmt und so eine Art Journal führt, ja, sich einfach ein paar Fragen stellt, was lief heute gut, wo hatte ich Schwierigkeiten, wie kann ich die Schwierigkeiten in Zukunft lösen, womit tue ich mich schwer, was fällt mir gut, ja, wofür bin ich dankbar, ja, was ist heute Tolles passiert, um einfach, ja, diese Momente auch festzuhalten und ich nehme mir dann in, das ist jetzt keinen festen Zeitpunkt, den ich dann habe, aber oft einmal die Woche, einmal im Monat, ja, nehme ich mir einfach die Zeit und schaue mir so mein Journal durch und dann sind, was halt auch immer so eine Rubrik bei mir ist, sind so die Erkenntnisse des Tages, ja, und schaue mir einfach so durch, okay, was war denn diesen Monat, ja, was habe ich alles gemacht, was lief so, was lief nach Plan, was hätte ich besser machen können und es ist einfach ein tolles Gefühl, ja, diese Dinge einfach dann durchzuschauen und einfach für sich zu merken, hey, okay, das hat mich jetzt wieder ein kleines Schrittchen weitergebracht, also für ein glückliches Leben aus meiner Sicht ist ein Journal und Tagebuch, ja, ja, unerlässlich, unverzichtbar. Ja, dann, was auch glücklich macht ist, wenn du die Zeit hast, ja, um Dinge zu tun, die dich glücklich machen, ja, dazu benötigst du aber auch eine gewisse Art von Fokus, ja, es gibt Menschen, da kenne ich einige davon, die haben so viel zu tun, ja, dass die keine Zeit haben für Familie, keine Zeit für Freunde und ich meine jetzt nicht, dass mal, es gibt immer so Phasen, ja, wo es mal ein bisschen mehr ist, es ist bei mir auch so, da habe ich auch wenig Zeit für anderes, sondern da ist zum Beispiel halt das Geschäft ganz klar im Vordergrund, aber es gibt halt eben Menschen, ja, die haben überhaupt gar keine Zeit für andere Dinge, weil die so viel zu tun haben, ja, wenn die das gern machen, wenn das glücklich macht, ist okay, aber diese Menschen, die ich meine, die hätten gern mehr Zeit, ja, für andere Dinge und da ist eben einfach ein Tipp, den ich weitergeben kann, konzentrier dich einfach aufs Wichtigste, ja, schreib dir einfach mal alle To-Dos auf, was du jeden Tag so treibst und dann überleg dir mal, welche Dinge davon du wirklich machen musst, was von diesen Tätigkeiten bringt dir 20% der Ergebnisse, wenn du das als Gewohnheit machst und dich wirklich konsequent auf die 20% fokussieren kannst, ja, dann hat man auch wieder Zeit für andere Dinge und vielleicht die anderen Tätigkeiten einfach mal schauen, wie kann man es outsourcen, wie kann man das andere erledigen lassen oder vielleicht kann man es auch komplett streichen, weil es eigentlich unnötig ist. Und last but not least, lache oft und viel. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass wenn wir lachen, dann werden über 100 Muskeln in unserem Körper beansprucht, das heißt, es ist eigentlich Höchstarbeit für unseren Körper und, ja, Lachen schüttet Serotonin aus, Serotonin aus in unserem Gehirn, was so allgemein hin, ja, als des Glücks, ja, Hormonen quasi bezeichnet wird und wenn man ein glückliches Leben haben will, dann sollte man dementsprechend halt oft und viel lachen. Okay, ich wollte das Video relativ kurz halten und, ja, ich hoffe, dass, ja, dass ich ausreichend auf die einzelnen Punkte eingegangen bin. Solltest du da noch Ergänzungen oder so wünschen, dann einfach gerne Kommentar an mich. Und, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, ein glückliches, zufriedenes Leben. In diesem Sinne alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Ciao.